Warum sind denn so viele Menschen? Ja, das sind die Caster. Jetzt ist die Lobby voll. Wie viele Caster sind denn da, bitte? Dieses Mal machen wir es nicht so spannend, ob wir überhaupt in die Playoffs kommen oder nicht. Das ist ein guter Plan. Dieses Mal machen wir es nicht so spannend. Ich fand es eigentlich spannend. Wir können Xen oder... Mein Call wäre Gwen. Gwen ist ja okay. Aber was? Wären sie nicht? Ich meine, der Top-Lainer und der Mid-Lainer spielen sie beide nicht. Dementsprechend wäre, glaube ich, jetzt schon hier Nocturne oder Xen besser gewesen. Aber nur mit der... Also muss nicht, aber... Also ich glaube, bei Senna wäre echt gut für uns, weil Brücki auch sehr, sehr gut ist auf Senna. Ich meine, wir können auch Botlin picken, ja. Und die ist halt auch in Senna broken. Nee, aber wir sollten den Xen picken, oder? Aber ich habe halt nicht wirklich einen Support, den ich viel spiele, den ich dazu picken kann. Okay, dann pick jetzt mal Xen. Go Thresh, go Thresh, go Thresh. Wir können jetzt nicht mehr. Also wir können jetzt nicht so nah picken und dann... Wenn du dich da nicht... Ich habe jetzt keine Senna. Das sowieso. Aber wenn du jetzt die Nacht... Nee, ich glaube, dass Thresh wieder der beste Pick ist. Das ist einfach mega gut gegen Tristana und gegen Nocturne. Ja, das ist schon. Ich check das nicht, dass sie jetzt hier die Catelyn zeigen oder den ADC zeigen. Die werden vor AD gehen, oder nicht? Ja. Nein, können wir doch einfach eine Epic-Welle mit herpicken. Nocturne-Top-Bank oder Jungle. Aber Jungle von denen spielt nur AD jetzt. Xenia ist fucking scheiße, so wird wahrscheinlich... Xenia ist doch gut, ja. Gib mir Xenia. Ich fühle die Xenia hier. Ja, der Champ ist aber nicht so gut gerade. I don't know. Aber wir machen es trotzdem. Aber du kannst mit Gale Force deine Federn neu positionieren. Brücki, was ist das? Actually, ein Corki-Mitte, ey. Was ist der Match für Corki-Victor? Okay, Skinfarben? Wollen wir die Tradition bewahren, oder sind wir jetzt Tryhard? Ich kann nur Blaugin. Ich bin kein League-Partner. Also, ich kann auch Blaugin. Ich bin auch kein League-Partner, du Geringverdiener. Da wirst du wohl ein paar Skins haben. Wieso bist du kein League-Partner, lol? Ja, weil ich... Toxic bin. Nee. Ich, wenn die fragt, dann heißt es, sie haben zu, sie nehmen niemanden auf. Ich bin einfach pissrandom. Das ist richtig. Hey! Hallo? Okay, ganz süß, Leute. Ich geb dir Lantern. Ich geb dir Lantern, weil Brücke ultet sich. Ja, ich schütz dich, weil ich einfach gut aussehe. Ich werde einfach meinen Arsch hinhalten, die werden mich ulten, und dann bist du safe. Okay, guter Play. Argo, stell dich mal oben hin, dann kriegst du mehr Autotext. Please einfach nicht Guardian procken. Der mich immer extra zu meinen Supporter, damit Guardian geprockt wird, für mich. Das ist eigentlich so terrible, weil du das dann, ich weiß nicht, gerade in so einer Lane, wenn... Wie bitte? Das hat eine Minute cooldown, glaub ich. Äh, 70 Sekunden. Einer von beiden hat gefaked, ich denke, der Bot hat er drauf. Top hat mir Melee gemisst. Aber ich glaube, der hat geliecht, auch weil die Bot-Line ist wahrscheinlich nicht. Ja, exakt, die cheesen. Ja. Aber wir gewinnen nicht. Imagine, wir hätten jetzt hier keinen Guardian gehabt. Das ist wohl in Dr. Metz. Okay, die gehen für Midlane. Ich komme der Gegen gelaufen. Können wir helfen? Ja, ja, ja. Ich habe die Gleit. Wir können Korki fokussen. Der links ist schon geflasht, der Nock hat er schon geflasht, der Nock hat er schon geflasht. Ich komme auf Nock dann. Nock, 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 Nock. Ich werde das Heim sterben hier. Ich habe TP relativ... Oh, das ist ja der She-O. Das ist ja nicht RIP-Post. Ja, ich komme wieder. Ich dachte, die Falten noch länger, das war so... Wir hören jetzt das... Oh, können wir für den hier? Kassel? Ne. Ich habe hier den Korki. Korki unterm Tung. Korki kann flash. Korki kann flash. Hast du Lantern? Hast du Lantern? Go Korki? Go Korki? Ja, kein Flash, Korki kann flash, Korki kann flash, Korki kann flash, Korki kann flash. Ich habe doch kein Flash, wenn er vorne laufen sollte. Gib Tolkien, gib Tolkien. Ich nehme die Weltformanen, Tolkien, ja? Ich hätte Tristan, das ist Risky, hätte ich killen können. Ich hätte Tristan, das ist nochmal... Nock'n hat keinen RIP-Dash von Serious. Ich brauche die zwei Bedingungen, dann habe ich Sidestarm. Die gehen schon boh... Ich glaube, wir sollten es raschen. Ich glaube, wir sollten keine Zeit verschwenden. Ja, vielleicht sollten wir doch raschen. Tristan muss doch Resetten. Wir setzen uns jetzt mal. Ich werde... Na, Spotline ist Spotline, aber ich bin einfach fein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin auf Norden, aber ich habe doch geschnarcht. Ja, ja, das... Also er hätte es einfach bleiben können, oder? Ah, ich hätte einfach im Norden stücken können. Der hat keinen Flash, der Korki. Oh mein Gott, sprichst du da? TP? Hä? Das ist auf jeden Fall schämt. Das ist auf jeden Fall schämt. Das ist auf jeden Fall schämt. Nee. Ich bin so konfirmt. Du bist gar nicht. Nee. Die werden von Bob in Korb Richtung gehen, ne? Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Ich dachte, du nimmst die Lancer. Ich habe nur das nichts gesagt. Ich bin raus geflasht und dann wirfst du die rein. Nee, nee, nee. Die lancer schon, bevor du geflasht bist, oder nicht? Nein, die ist... Also keine Ahnung mehr. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ach, das war so schön. Ach, das war so schön, Leute. Wieso sagst du es denn nicht einfach? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich muss einfach nur sagen, dass sie noch nicht sind. Drake können wir easy contesten, oder? Also, extrem stark. Aber die haben... Nocturne Ulti, ist die schon wieder... Wann ist die ab, die Nocturne Ulti? Ey, hat CD Airbus. Actually, wait. Der hat tatsächlich sehr viele... Der ist bei mir, der ist auf mir, der ist auf mir, bei unseren Chickens, bei unseren Chickens. Der killt mich aber nicht. Okay, Nautilus geflasht, jetzt bin ich tot. Okay, Nautilus, Flash und... Äh, was ist das? Ich gehe schon wieder ab. Ja, wir tanken. Eigentlich musst du verpacken. Ich kann denken, ich habe ein bisschen Armer. Hm, finde ich. Einen noch. Nice. Wollen wir den killen? Ja. Der kommt hier. Dann kann ich schnell noch. Ja, ich habe Burstung einfach. Ich habe mich nicht geburstet. Ja, diesmal habe ich keine Lantern mehr. Tire ist so bad, ey. Ich könnte jetzt die clean, aber... 5 Sekunden offline. Genau. Hast du noch Sinn? Hast du noch Sinn? Ich steppe hinter die Boys, by the way. Okay. Okay, ähm... Ja, ich bin auch jung. Die sind schon low, muss man es schon sagen, ne? Ja, das war ein sehr gutes E von mir. Na, ich habe kein Bit. Trash, gutes E. Ich kann nicht full division aufbauen. Wait. Wo ist das? Ja, für mich. Unten. Vom Rap-Bug, wir laufen zu dir. Ich bin fein. Wir haben Shenny, wir sind fein. Oh, 5 Muntern. Klasse. Package. Und auf Korki ein bisschen. Fist. Korki, Korki, Korki. Korki, Korki. Fist von der Seite. Trist 1 HP. Trist tot. Nice. Was war jetzt normal der Plan, wie wir spielen? Einfach 4 Nash, oder? Also, ich nehme jetzt hier den Tier 1 turret. Oh, wait. Korki! What? Was? Hm. Ich habe keine Lantern, falls du das jetzt wieder sagen möchtest. What the hell? Ich habe auch keine Wards. Ich war überhaupt gar nicht darauf fokussiert, dass dein Gegner sein konnte. Ich dachte, der wäre tot eigentlich. Ich bin immer so angespannt bei so Pausen bei offiziellen Games irgendwie. Ja, er pisst mich auch mega an. Mhm. Ja. Komm, lass aber Top-Lay runterrennen, Bruchy. Let's go. Wir können einfach für Nash den... Nein, die rennen jetzt nicht runter. Denkt an Channel, da solltet ihr erst auf meine Pressure warten. Okay, aber jetzt kurz, kurz einmal noch... Was ist denn eigentlich mit Nash den 18 Sekunden? Ist das nicht Free? Also, ich meine, die Wii hier ist sassy. Die sind komplett... Ich meine, das ernst, weil ich habe Frozen 1. Ich kann das denken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben einfach gepäst. Oder wie du und das jetzt fertig. Ja, aber das ist schon sehr obvious, oder? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ich will in der Mitte weiter posen. Aber was bist du denn für ein fucking Mastermind, ey? Ja, einfach nicht ein Leben verloren, ne? Wie geil ist das eigentlich? Aber die sind ja komplett APH gewesen. Wirklich? Die kommen jetzt? Ist nicht oben. Doch, mittel ist halt oben. Ist oben. Ja, aber ich hab das nicht. Kann er nachdenklen? Kann er nachdenklen? Ich bin so hoch. Entschuldigung. Ja, wenn er hoch tp-t, dann würde ich auch gerne Tolkien helfen dabei. Ich hab den halt noch nicht gesehen. Und du sagst, Xayah ist schlecht. Schau mal, wie broken das ist. Jetzt schau dir das mal an, wie broken das ist. Wenn der Turm nimmt, dann raus. Der hat Package. Oh mein Gott, der hat auch Package. Ihr solltet splitten, ihr solltet splitten. Ich hab Exhaust. Leute, ihr solltet splitten. Ich tp, ich tp, ich tp. Okay. Okay. Oh, what? Ähm. Wollt ihr die Watcher-Legende? Auf gar keinen Fall wird dir gerecoilt. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Nee, ich muss sagen, Agurin will schnell machen. So. Und er hat's motiviert. Und dann kriegt er halt auch die Quittung dafür. Er hat halt nicht ganz geklappt. Ich muss sagen, ich hätte jetzt meinen Sonja's auch benutzen dürfen da gerade. Ich dachte, ich kann den Hook trinken. Aber da war leider ein bisschen mehr. Ich fand's frech, dass der Noctop auf mich geholfen hat. Oh mein Gott, das ist einfach auch froh. Okay. Wir sind alle... Wir müssen echt aufpassen, Leute. Aber wir haben den Drake, oder? Ja, den hab ich wieder. Ja, ja, ja. Nice job, Mark. Nice job, Torky. Ja, ja, guys. Wenn man ein Games schnell benden will, werden die immer einfach langsamer. Kann einfach auf mich warten. Ich will... Ja, ja, ja. Lass einfach hinten. Und wenn die... wenn die... wenn die... wenn die... wenn die deffen, kann man hinten. Äh, kann man... kann man engagen. Ist gut. Er tut? Traumt hier gar nichts? Er flashed auf. Er flashed auf Pocky. Halleluja, aber... Oh, der hat es trotzdem. Ein Dragon. Drack, 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 drack. Und jetzt können wir einfach drag und dann müssen wir... wenn die Nash rushen, müssen wir uns was überlegen. Nicht zu spät. Resetten. Lantern in 7. Ich hab keine Rüschen mehr. Wenn wir lang genug tanzen, können wir den Base depinden. Für Nash auch bald. Können wir nicht einfach Nash rushen jetzt? Ja, ich hab schon. Mhm. Wir brauchen 10 Sekunden. Der ist hier, der ist hier. Können noch warten. Wir brauchen 10 Sekunden. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. Der wird eh auf mich gehen, oder? Okay, wir schon holen. Bart hat 80. Ich hab jetzt Smite, aber ich glaub wir sollten eh nicht flippen. Außer Ruhal, kannst du Federn machen und dann machst du die? Ne, 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 ne. Es wird unsicher. Wait, die haben keinen Wardenpit. Die haben keinen Wardenpit. Die sehen nichts. Die sehen nichts. Warte einfach, dass noch ein Ward ist, okay? Ja. Ja, bestimmt. Jetzt haben sie ein Ward, jetzt haben sie ein Ward. Ich sterbe halt ein fucking Baron. Okay, ihr könnt's finishen, finishen. Nice. 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 Ah, ich hab einen Shalom bekommen. Alles noch zu gut. Weit. Weit. Wir winnen doch oder nicht? Ich hab 10 fucking... Wir haben Nautilus Ulti auch schon benutzt, ja. Oh, ich hab einen Flash. Da hinten. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh, ey, der Hass. Oh, ey. Ich bin hier im Bage, ne? Ich hab nix, ne, nix, 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 nix. Ich geh erstmal blödchen. Das Stück, ey. Ja. So klar, das Stück, ey. Ich hätte ja noch richtig clean ein Game von mir werden können und da hab ich geintert zweimal. Ah, schöner. Okay, das war... Ich-ich fand die sehr ruhige, koordinierte Stimmung, wo sich nicht jeder permanent beleidigt, sehr angenehm, ey. Sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean. Du tschüss. Welche Seite wollen wir reden? Red oder Blue? Ich fand nochmal Blue. Wir machen dasselbe wie gerade eben. Wir ändern gar nichts. Und diesmal noch sauberer, Leute. Ich hatte eine bessere Idee, wir spielen Schivana. Agri, du wolltest schnell gewinnen. Ja, Schivana spielt schnell. Schnell für das Gegner-Team, ja. Freddy, was spielt ihr jetzt auf Tempo? Ich wollte noch den ganzen Rest von der Vanillesoße mitbekommen. Komm, war das ein 5-Liter-Container, oder? Ja, ja, auch so. Ja, komm, Kasek ist zu langsam. Kasek ist zu langsam. Aber die spielen auch, ne? Die spielen auch viel Kasek. Oh, geil, let's go. Nocturne ist der einzige im Contested-Power-Pick, oder? Wollen wir nicht einfach Nocturne nehmen? Wenn du den spielen möchtest, ja. Dann gehe ich Kaseks. Ne, ne, ich will Schivana spielen. Ich meine das ernst. Was picken wir jetzt hier? Schivana. Ey, doch nicht Schivana. Ihr seid solche, stolz, ey. Aber doch nicht für uns Schivana. Der Gegner spielt den auch, ist ein guter Pick. Ne, Nocturne ist okay, aber wäre nice, wenn du ihn halt spielst. Ja, ja, it's fine with me. Okay. Aber ist auf jeden Fall für die Draft einfach besser. Ja, das ist ein bisschen Schivana. So weit kommt es auch, dass wir Schivana oder Kaseks first picken. Ja, so used. Oder wollen wir noch nicht die ganze Borderland picken? Äh, können wir theoretisch so, aber... Kaiser vielleicht? Ne, spiele ich nicht mehr. Ich finde das Jinx. Wie kann man als ADC auch so einen Kaiser zu spielen? Aphelios, finde ich, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, freut mich. Das freut mich sehr, finde ich. Dann kleiner Aphelios? Phil ist gerade nach 2009 raus. Äh, dann nach 2019 raus. Dann bin ich raus. Nice. Oh, okay, da kommt Silas und Malfoy. Kommt von denen. Äh, da ist, glaub ich, Schivana schon nicht gut. Aber ja, go. Warte, ja. Also Nocturne ist ziemlich gut. Aber are you sure? Ja, komm, ja, ich bin immer sicher bei Schivana. Are you sure? Warte, war mein Blut, ja. Kann ich vielleicht... Ne, warte, ich... Egal. Spiele ich dann Schivana. Are you sure? Ich bin Schivana. Also ich bin Xerat, wenn ihr wollt. Xerat ist doch geil. Das ist doch die Twitch Rivals Artillery, die wir immer gespielt haben, oder? Ja, genau. Xerat Nocturne ist halt extrem ansprechend. Ich spiele für Top-Sight diese Runde. Ey, bin ich zu dir. Es könnte sein, dass sie unseren Red gelade Invaged haben, ne? Die sind relativ stark oder eins. Boah, dann sterben wir gleich. Ja, nicht gelade. Ich glaube, wir haben einfach Top-Light. Hat er echt, oder? Ja, ja, ja. Ja, shit, das ist auch nicht gut. Ich kann Pryor und Swing agree, wenn du Invade willst. Ich kann auch. Erst mal Level 3 kriegen. Ich kann checken, wer der Jungler ist. Vielleicht können wir den Jungler checken. Ich glaube tatsächlich... Der wird niemals Trucks machen. Der wird jedes Mal Raptors an der Top-Sight. Ja, denke ich nämlich auch. Wenn du Pryor ist, würde ich jetzt einmal Invade. Ja, ich hab Pryor. Ich pushe aber nicht zu schnell. Ich hab auch Pryor. Das ist Level 2. Das ist Level 2. Ich bin stärker als Level 2. Ich move it's in Red. Ich move it's in Red. Ja, es poked. Mach was draus. Mach ja Raptorn. Ich pushe einfach rein, dass der Silas nicht move'n kann, ja? Ja. Okay, ich würd' sagen... Erst mal Raptor und Snack. ... zu den Silling-Moseen. Kannst du mir da geholfen? Ja, ja. Nicht, dass die jetzt Maps splitten. Was macht der? Ich glaub, der geht einfach zu seinem Blut, oder? Nein, der ist hier. Genau. Jetzt wird er dran. Gut, das war eigentlich nicht schwer von ihm. Danke dir, das war gar kein... Was ist mit Danke dir, Noe? Da hast du doch gar nichts gemacht, da. Ich hab den Pryor gepusht. Ja, danke. Komm mal, mein Sein-Mulan. Den hab ich für dich gehoffert. Der Traum eines Sein-Junglers. Top-Inner liegt unter Pryor für den Bait. Das ist schon echt crazy, ja. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass ich nur Goal-Ings kriege. Das heißt, ihr seid richtig fucked davon, bei denen. Ja, ja. Ist recht, ist recht. Ich hab mich schon gewundert. Wo sind deine Flamethromber? Ja, das sind in Papst. Nice. Ich glaub, wenn... Die Kammer hat... Die Kammer hat geflasht ab. Also Kammer hat keinen Flash, ne? An die anderen drei Menschen hier im TS. He's piss-free. Aber hast du nicht auch keinen Flash? Also... Ja, ja. Kommst du einfach ran? Die ist piss-free, guys. Ja, die killen mir schon irgendwie. Also, piss-free war es vielleicht... Ich hab den Flash drin. Also, wenn das Player... Wenn wir das nicht machen, ist das Terrible, ne? Verstehst du schon? Gar nicht. Ja, ja. Erklär mir einfach, wie du spielen willst. Dann mach ich's, wenn du mich überzeugst. Ja! Ja, okay. Vielleicht komm ich nicht auf sie drauf. Ich bin unten, wenn die reingeflasht. Ich bin unten. Warum brenntest du nicht mich? Oh. Pass auf mit Silas TP. Pass auf mit Silas TP. Der kommt der TP. Der kommt der TP. Der kommt der TP. Der kommt der TP. Geht doch. Fuck off. Ich hätte dich rein lassen sollen. Ich bin so dogshit. Fuck. Oh, gut, guys. Don't worry about it. Wir können doch easy gewinnen, okay? Okay, okay. Alles gut, guys. Was war das denn? Aus welchem... Wie ist das denn abgelesen? Warte, das war eigentlich wieder... Oh, ich hab kein Milgemist. E-B-E-B-E-B. Ich kann, glaub ich hinten reinholt, Leute. Die kannst du nicht nehmen, oder? Ne. Soll ich ult hinten ran? Oder von vorne, ich glaube? Aber die hinten? Wollen wir die lassen? Hast du die? Okay. Ah, ist okay Tolkien. It's a bummer. Nein, nein. Es ist okay, Tolkien. Wir können immer noch gewinnen. It's a bummer. Der kriegt dann die bessere Stimme, muss ich nur. So okay. Ey, die Dive-Reifer-Dive-Solver-Fanich-1-2-1-Traden. Ist wahrscheinlich besser. Ah. Ist okay. Ah. Ich weiß, wie ich da richtig dunklen würde. Fällt das für ein Missplay hier? Nein, nein. Wir gehen Botlane pushen und C-Z in den Turm, würde ich sagen. Und nachdem du die Wave hast, kannst du doch schon... Da müsste sicher sein, dass die keinen C-Pos und Dive haben, okay? Wenn du das machst. Ey, ich bin grad mit Zyper durchgelaufen. Okay, okay. Ich ulti hier. Ich ulti hier. Ich transformiere zum Poken. Ich gehe auf Lanternrange, oder? Ja, ja. Ja, ja. Mach ruhig. Und ich push mit den den Minions. Die kommen, die kommen, die kommen. Zylas? Äh, also wir hauen nicht ab eigentlich. Eigentlich fällt mir nicht so scared, dass sie ein müssen, ja. 10 Sekunden auf Lantern. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich guck nach Holtz. Malvert kann auch holten, Typ, die nicht bedenkt hast. Das bringt nicht sehr oft bei 3. Malvert kann smaschen, er kann smaschen, er kann smaschen. Noch 5 Sekunden, dann kann er... Zynder kein Flash, Zynder kein Flash. Nice. Wir werden ganz gerne Dive, den her. Ja, wenn der das... Äh, Zylas könnte Bord kommen, Zylas könnte Bord kommen. Zylas könnte Bord kommen. Bewegt dich, Bro, okay. Ich komm jetzt jetzt. Ich komm jetzt. Nein, das ist so hoher. Das ist so hoher. Wenn du überlebst, ist es hoher. Wir kriegen dann den first für Top-Shirt. Anyway. Job, job, job. Ach, ich weiß nicht, dass er eh holt, ne? Aaaaah. Beide haben Holt, ja. Das sah cool aus. Der Quill mit der... Ich glaub nicht, ist das abgelaufen. Alter, der hat meine Form, ne? Und deswegen ist er so... Macht er so viel Schaden an dem Thron. No. Er hat auch mehr Schuss, ne? Ja. Das ist wie Ego, das ist wie Ego. Zwei Sekunden Holtz. Die haben keine Ultis, was machen die? Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Lantern erst um 5, der macht keine Lantern. Was tut dir, was passiert denn hier? Gewinn das, er denkt. Ja. Das passiert dir. Komm mal, ich komm mal. Ich glaub, jetzt gewinnen wir. Nice. Wir haben E2, ich komm. Was ist das? Was ist das? Der Leiter aus der Seite ist der Leiter. Ich hab Guardian, noch A. Er ist wichtig, wenn ihr den kriegt. Nice. Oh, okay. Ich dachte, der wäre schon tot, okay. Ich will die Redwub auch cool, aber... Wir sollten einen Bot-Set, einer, einen Bot-Set rausbrüchen und Turm nehmen, okay? Ne, geh mit der Nore. Nore, geh mit der Nore. Nore, geh mit der Nore, ich geh mit der Nore. Ach, ich geh doch rein. Das Lantern ist eh schon fucked up. Ja. Es ist fine, aber wir können gewinnen. Ja, das ist echt... Das sieht doch gut aus jetzt, Leute. Jetzt ist doch nur ein Mist, man. Wir können das, by the way, wiederholen, dass ich halt einfach transformiere. Ich werfe eine E und das soll ich brechen. Ich glaube, jetzt mittlerweile gewinnen wir. Ja. Actually, lass beenden gehen. Nein. Ich meine das, vollkommen... Können wir zu 5 mit... Ja, ja, ja. 5 zu 5 mit, jetzt. Jetzt, zu 5 mit. Das ist eigentlich nur keine Warp, wenn wir den nächsten Charger... Also den noch hinten mitkriegen. Ja, aber die waren vielleicht... Die sind hinter uns. Ne, extra waren wir nicht. Wollen wir... Noch weiter gehen wir nicht. Das sind sie zu much. Sind sie auch flankt uns? Ich mag die. Ja, wir müssen raus. Die zwei Leute sind super low von denen. Nein, das ist kein guter. Nein, das ist kein guter. Drei Sekunden auf der Ente, drei Sekunden auf der Ente, drei Sekunden auf der Ente. Nein, ich bin nicht. Es ist alles so low. Okay. Kann ich rein holten? Die Charger sind nicht. Mach Licht aus. Ich bin da hinten low, ich bin da hinten low. Ich hab kein Mana, nice. Wir hier, bei mir will. Wir move'n, wir move'n, ja ja. Können wir banden? Dannach? Das ist noch ruhig, das ist noch ruhig, das ist noch ruhig. Hab ihn, hab ihn. Wir enden einfach, oder? Ja, wir enden noch. Ha! Was? Soll er uns echt hätten können? Der langgezogene Fight. Okay, Team, bleib'n aber echt schön. Das war echt mega smooth. Das sie uns so weit gechased haben. Aber wir hatten es einfach komplett durch die Dache so. Dass der einfach cool ist, bis zum Ende des Nächstes trainen wir uns. Ja, 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 ja. Schluss, ey. Hoppe, hoppe. Sankt ja, Schwan ist High Tempo, ne? Ne. Bis anscheinend schon, ja. Enden wir? Wir können den noch keinmal snacken. Holy shit. Noch einmal Base? Base? Noch einmal Base? Ah, schau. Ähm. What the fuck? Ja, gut. Da war ein richtig gutes Ende, man. Da war richtig zu viel Spiel. Das ist einfach wieder Solo-Cue spielen. Die Kuppe ist aber echt nice, ja. Mit Shyvana, Xerath, Nocturne. Jinx ist auch super. Ja. Trash hilft uns. Das ist echt okay. Ich war fast bei dir, Karin. Es tut mir leid, ich war fast bei dir. Es ist wirklich okay. Nice. Nicht most damage als Xerath. Klasse. Das ist gar keine Zeit. Du, ich hab echt nicht mitgespielt. Ich hab gegen 3-0 Silas gelandt. Die ganze Zeit Waves gepusht und dann habt ihr gefinisht. Ey, wie schnell war 2-0 Prime League? Wie geil ist das denn, ey? Oh mein Gott. Wir starten ohne lose. Dann habt ihr gesagt, ab in die Flex-Queue, ne? Ab in die Flex-Queue, ne? Ab in die Flex-Queue, ja. Ab in die Flex-Queue, ja. Ab in die Flex-Queue, ja. Ab in die Flex-Queue. Ich bin raus, Leute. Haut rein. Macht's gut. Ja, auf viel Erfolg. So. Ähm. Ja, das war, äh, das war, äh, unser, das waren unsere Games. 2-0. 2-0. Sorry. 2-0. Und ja, äh, ich werde jetzt offline gehen. Macht's gut. Wir sehen uns morgen früh. Hurrabe announces Piachi. 1-0. Teig! Wir sehen uns φ Training. La Hackaik in der in die Fl erfolg ist. Ich redigere alle Schwarzern. Das warnte die OP,նmedze noch den Ziel Alexander. Wwasi immer von dem. Aberchief eine Silk-E sideste, was ist Kultur, permanent gibt. Wenn das ein Zeichen neger Gotze ist, man,олаевич den vergattet kann. Wir sehen uns dann hin enseñete die Schlüsse, soient der Unterstützung, für alle, die Böse jetzt noch er training ist.